Vor allem Jüngere, Ausländer und Menschen ohne Berufsabschluss sind betroffen, aber auch Akademiker. Befristete Arbeitsverträge haben immer mehr zugenommen. Arbeitgeber profitieren davon. Doch welche Spielregeln müssen sie einhalten? Besser ein Job auf Zeit als gar kein Job. Nach diesem Motto haben viele Berufstätige in Deutschland befristete Arbeitsverträge geschlossen. Für den Arbeitnehmer hat eine Befristung meist keine Vorteile, für den Arbeitgeber schon. Allerdings muss er sich auch an Regeln halten, sagt Nathalie Obertür, Fachanwältin für Arbeitsrecht und Sozialrecht. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick. Wann darf ein Arbeitgeber einen Vertrag befristen? Wenn er dafür einen sogenannten sachlichen Grund hat. Typische Gründe sind zum Beispiel Elternzeit oder Krankheitsvertretungen. Auch ein Großauftrag kann ein Grund sein, wenn kurzfristig die Arbeitsmenge dadurch steigt, aber auch absehbar wieder endet. Eine chronisch unterbesetzte Abteilung, in der Arbeit liegen bleibt, wäre dagegen kein sachlicher Grund für eine Befristung. Was ist, wenn es keinen sachlichen Grund gibt? Auch dann darf der Arbeitgeber einen Vertrag zwar befristen, aber nur auf maximal zwei Jahre. Üblich ist das zum Beispiel bei Neuanstellungen. Sind mehrere befristete Verträge hintereinander erlaubt? Befristungen ohne sachlichen Grund darf der Arbeitgeber dreimal verlängern, allerdings nur, wenn er dabei nicht die Höchstdauer von zwei Jahren überschreitet. Ein Sechsmonatsvertrag, der zweimal um je ein halbes Jahr verlängert wird, wäre also erlaubt. Mit sachlichem Grund sind Kettenbefristungen dagegen möglich, so kann ein Arbeitnehmer zum Beispiel mehrere Elternzeitvertretungen hintereinander übernehmen. Wie muss die Frist aussehen? Erstens muss sie unbedingt schriftlich vereinbart sein. Zweitens muss klar sein, wann der Vertrag endet. Deswegen muss dort aber nicht zwingend ein konkretes Vertrag sein.